meine freunde fließe user jagen den beleidigt hat normal fließe herum auf den wertvollen lebenszeit damit zu verschwinden irgendwelche hater zu jagen willst du wie toni enden irgendwie ein leben das sein sein die irgendwie auf irgendwelche hater eingehen sich damit ihn treffen wie damals tun wir dann von mcdonalds auf die warten und sich so verarschen lassen mensch fließe ich viel zu sehr triggern okay vielleicht gehört zu deiner art sondern kunst figur aber hör doch mal auf dich wie so ein kind zu verhalten der wenn ich einen user auf twitter hs nennt blockierst du ihn einfach und fertig aber nicht so ja ich werde deine familie dings helfen das bringt doch nichts weil ich doch mal wie ein richtiger mann gleich mal gechillt und fertig aber bei jeder scheiße so aus du hast ein bisschen übertrieben mann du hast doch mal selbst gesagt das internet ist nicht das echte leben das verhalte ich doch noch mal so wer spricht einen setzen okay meine fröhne so was du fühlen muss um den gleich nicht vergessen meine fröhne bis zum nächsten mal freunde freunde